Dieser Satz, der da gefallen ist, das ist ein niederträchtiger und ein trauriger Satz. Jérôme Boateng hat es selbst auf den Punkt gebracht, als er gesagt hat, traurig, dass so etwas heute noch vorkommt. Die Nationalmannschaft selber hat wunderbar darauf reagiert mit ihrem Video, Wir sind Vielfalt. Und ebenso wunderbar haben unzählige Fans, gestern im Stadion in Augsburg, aber auch sonst wo, reagiert, die diesem Satz die genau richtige Antwort gegeben haben.